So Kumpong, was denkst du über our Thai Resort? Very nice weather for Thai people. Aber kein schönes Wetter für Paran, sorry. So Kumpong. So clothes and stuff. chegst du am besten. Most of my Herbert keeps dying by her. so itструментs kids and music and music. I wish her what happened with somebody else. There she is, we did to read something. So that's nothing. When she's got the concept up, Und irgendwann hört jeder Regen auf und zwischen dem vorderen Teil am Strand und dem hinteren Teil des Ressorts ist eine kleine Straße, aber die ist kaum befahren. Und nebenan, dieser komische Turm, den man hier sieht, das ist die Wetterstation. So, die Nachbarn auf der linken Seite vom Ressort, die stören gar nicht und auf der rechten Seite auch nicht, denn dort ist nothing. Hier ist der Poolbereich, klein, nett und gemütlich. Ja, und hier geht es zu unserem Bungalow. Wir haben Nummer 6. Das ist ein Family Bungalow und der hat zwei Schlafzimmer. Ja, es ist hier alles super sauber und auf der Terrasse hat man eine kleine Sitzecke. Typ. Hier ist ein Badezimmer. Und hier ist das zweite Schlafzimmer. Und hier ist das zweite Schlafzimmer. têmensено. Ich sch expiration, kleine Sie märmen. Tschüss.